Guten Morgen aus Berlin. Es ist Montag, der 19. September 2016 und wir haben es 7.49 Uhr. Um 6.30 Uhr hat der Wecker geklingelt, 6.50 Uhr bin ich, glaube ich, auch aus dem Bett gekrochen. Vielleicht war es auch 7 Uhr. Und jetzt mache ich mich auf den Weg in eine neue Arbeitswoche, einen neuen Arbeitstag. Ich bin relativ müde, da ich gestern erst so gegen 1 Uhr gepennt habe und 5.30 Uhr später klingelte schon wieder der Wecker. Naja, was soll's, so ist das nun mal. Ich habe zu viel und zu lange gelesen und noch mit Olli und die Arnie geschrieben und ja, da war ich zwischendrin nochmal wach. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie ich durch den Tag komme. Ich sehe schlimmer aus, als es ist oder als ich mich fühle. Und ja, heute Abend wäre eigentlich Serienabend, aber ich glaube, ich werde erst mal sagen, dass das heute nichts wird, weil ich noch zwei, drei Sachen habe, die freiberuflich meine Aufmerksamkeit benötigen. Und ich denke mal, das wird er auch irgendwie verstehen, zumal er ja jetzt den ganzen September über immer zu mir kommen müsste, da ich ja momentan immer noch laufe alles und nach Neukölln laufen. Ich glaube, das wären pro Strecke zwei Stunden. Das möchte ich nicht. Ja, ansonsten, was gibt's so zu erzählen für die Woche? Donnerstag ist wieder Sneak Preview, am Wochenende, Samstag spielen wir DSA, am Sonntag kommt meine Mutter nach Berlin, bleibt bis Montag. Ja, ich glaube, das sind so die Key Facts. Jermaine ist nicht da, das heißt, auf Arbeit wird's ein bisschen ruhiger und Mittagspause werde ich wahrscheinlich dann immer im Büro am Rechner machen. Und ja, das ist es eigentlich im Groben und Ganzen. Ja, okay, dann haben wir es eigentlich erstmal. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Kommt gut durch den Tag. Und ich melde mich dann morgen Vormittag wieder bei euch oder morgen früh, je nachdem, wann ich es aus dem Bett schaffe. Und dann hoffentlich auch ein bisschen fitter und wacher als heute. Also, bis dann und einen schönen Tag. Tschüss.